ja große klasse das ist einfach jetzt wir sind wieder am wasser heute ist der 10 11 6 glaube ich ja 11 6 um 11 uhr 30 oder so oder 11 uhr mitten am wasser mit stella ihr seht da und vor ist natürlich alles klar es macht wieder seine großen burgen hier und unsere klamotten sind da oben ablaufend wasser 30 40 meter ja was auf mit deinen füßen ja das ist von oben kommt das noch ein das kann man nicht ändern wir sind jedenfalls wie immer am wasser und man wollte nicht mit aber macht dafür ein super geiles mittagessen ich habe euch kopfschmerzen ich gehe jetzt mal kurz in die brühe und dann bin ich da draußen viel spaß